Jetzt kommen wir zu Tagesordnungspunkt 35, Entschließungsantrag der AfD, Dringlicher Entschließungsantrag von der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 und Dringlicher Antrag der Freien Demokraten. Es ist der Setzpunkt der AfD, wenn ich das richtig sehe. Es sind zehn Minuten verabredete Redezeit. Ich erteile dem Kollegen Lichert für die Fraktion der AfD das Wort für zehn Minuten. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kollegen, meine Damen, meine Herren! Es ist Wahlkampf, und das merkt man am zuverlässigsten daran, dass mit immer größerer Hysterie ganz elementare Fakten unterdrückt werden müssen. Vom Krieg sagt man, das erste Opfer sei immer die Wahrheit. Mir scheint, auf den Wahlkampf trifft das auch zu. Ein gutes, schlechtes Beispiel für Narrative, die durch die Realität schlicht nicht gedeckt sind, lieferte Frau Staatsministerin Puttrich am vergangenen Dienstag. Sie stellte sinngemäß die europäische Integration als Ergebnis der EU dar. Das ist weder historisch richtig, noch ist es plausibel. Im Gegenteil, es ist sogar völlig unplausibel, dass ehemals verfeindete Staaten sich erst auf weitreichende Souveränitätstransfers einigen und danach einmal schauen, wie man sich verträgt. Das ist schlicht Propaganda und noch nicht einmal Gute. Wahr ist, die EU von heute ist ein Produkt der europäischen Integration und nicht ihr Produzent. Damit sind wir bei unangenehmen Wahrheiten. Ich könnte jetzt das episch lange Sündenregister der EU wieder vorbeten, aber ich glaube, das brauche ich nicht. Eigentlich wissen Sie das nämlich alle längst. Jeder Politiker muss es sogar wissen. Andernfalls verdient er das Vertrauen der Bürger nicht. So ist es Ihre Pflicht zu wissen, dass die Dopingwirkung der vertragswidrigen Niedrigzinspolitik der EZB rapide abnimmt. Der Wirtschaftsabschwung steht unmittelbar bevor. Sie alle kennen die jüngsten Steuerschätze. Es ist Ihre Pflicht zu wissen, dass die Wirtschaftskrise in der EU-Südkurve keineswegs gelöst ist. Die enorme Jugendarbeitslosigkeit dort spricht Bände. Es ist Ihre Pflicht zu wissen, dass Deutschland laut EZB das Land mit dem niedrigsten Medianvermögen in der Eurozone ist und somit keineswegs der große EU- Profiteur, wie Sie es gerne darstellen. Es ist Ihre Pflicht zu wissen, dass die Ursache der Euro-Staatsschuldenkrise, nämlich das Nullgewichtungsprivileg für Euro-Staatsanleihen, nicht einmal angetastet wurde. Die Gefahren für die Bankbilanzen sind also noch gewachsen. Ich habe im Wahlkampf mehrere Podiumsdiskussionen absolviert, und natürlich kommt keine davon ohne das Thema Demokratiedefizite der EU aus. Kurioserweise herrscht da über alle Parteien hinweg Einigkeit. Komisch. Dennoch haben es sehr viele eilig, immer mehr Souveränitätsrechte nach Brüssel abzugeben, obwohl sie selbst die Demokratie- und Rechtsstaatsdefizite zugeben müssen. Erinnern wir uns an Martin Schulz, der SPD-Fastkanzler. Manch einer wird sich noch erinnern. Er selbst sagte, die EU sei so undemokratisch, dass sie nicht in die EU aufgenommen werden könnte. Gleichzeitig will er aber alles tun, um so schnell wie möglich die Vereinigten Staaten von Europa zu vollenden, trotz oder vielleicht sogar wegen der Demokratiedefizite. Um es ganz klar zu sagen, der Europäische Bundesstaat ist grundgesetzwidrig. Wer dennoch daran arbeitet, ohne Volksabstimmung, ist ein Anschlag auf das Grundgesetz. Das müsste den Verfassungsschutz auf den Plan rufen und nicht die Arbeit einer Oppositionspartei. Weil Sie alle das ganz genau wissen, haben Sie panische Angst davor, dass einer aufsteht und sagt, der Kaiser ist nackt. Denn das wäre ja Kritik an der heiligen Kuh EU. Jetzt hätte ich noch fast muh gesagt. Die EU ist der Gesslerhut unserer Zeit. Aber wir, die AfD, Millionen Deutsche und noch sehr viel mehr Millionen Europäer verweigern diesem Gesslerhut den Kuhs. Die Kritik an der EU muss um jeden Preis unterdrückt werden. Das gelingt in Deutschland am zuverlässigsten mit dem Nazivorwurf. Gerade diejenigen, die am allerlautesten das hohe Lied auf Demokratie, Vielfalt und Toleranz singen, sind extrem schnell bereit, Andersdenken die Satisfaktionsfähigkeit abzusprechen, genauso wie es der viel gelobte Prof. Lesch letzte Woche beim Klimaempfang getan hat. Die Diffamierung und Delegitimierung berechtigter Kritik ist nicht nur intellektuell dürftig und moralisch verwerflich. Diese Vergiftung des politischen Klimas, diese Rationierung der Bürgerrechte nach Gesinnung, das ist nichts anderes als geistige Brandstiftung. Leider fällt diese geistige Brandstiftung auf fruchtbaren Boden. Wer sich darüber informieren muss, so wie Sie, der kann das im Bundesverfassungsschutzbericht für das Jahr 2017 nachlesen. Ja, es tut weh. Ich weiß, Sie wollen das nicht hören. Aber Sie müssen es sich anhören. Dort steht nämlich, linksextreme Gewalt ist um 37 % gestiegen, rechtsextreme um 34 % gesunken. Mittlerweile liegt die absolute Zahl linksextremer Gewalttaten mehr als 56 % über den Rechtsextremen. Da müssen wir uns natürlich schon über die Einseitigkeit des Präsidenten des Staatsgerichtshofs wundern, dass er das irgendwie nicht wahrgenommen hat. Was macht der neue Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang? Herr Kollege Boddenberg ist leider nicht da. Herr Bellino, vielleicht nehmen Sie dann die Botschaft für ihn mit. Ich glaube, die Botschaft werden Sie weitertragen wollen. Sie sind es doch, der uns am allerliebsten daran erinnert, dass der neue VHS-Präsident die Einstufung der AfD als Prüffall verkundet hat. Ich bitte Sie inständig, machen Sie weiter so. Erinnern Sie uns und die Bürger weiter und ständig daran, dass Ihr Parteikollege und braver Parteisoldat Thomas Haldenwang verkleidet als ein politischer Topbeamter mit entsprechender Neutralitätsverpflichtung seinen Dienst auf der neuen Position mit einem Rechtsbruch begangen. Wie offensichtlich rechtswidrig sein Verhalten war, sehen Sie daran, dass, obwohl das Verwaltungsgericht Köln eine Eilentscheidung getroffen hat, das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht einmal in Berufung gegangen ist. Das ist ein Offenbarungseid und ein Armutszeugnis für einen Rechtsstaat. Stellen wir uns doch einmal vor, Viktor Orban käme auf die Idee, seinen Inlandsgeheimdienst auf die größte Oppositionspartei im nationalen Parlament anzulassen. Was wäre da wohl los? Den Rest überlasse ich Ihrem Kopfkino. Aber wir bilden uns hier noch etwas drauf ein in Deutschland. Interessant. Das zeigt doch vor allen Dingen nur eines. Der Verfassungsschutz schützt nicht das Grundgesetz, sondern die Regierenden. Oder muss man schon sagen, die Herrschenden? Das ist schlichtweg ein Missbrauch von Exekutivgewalt und zutiefst unmoralisch. Ja, die AfD ist eine patriotische Partei, und sie ist mittlerweile die einzige. Ja, die AfD will Deutschland als souveränen Staat erhalten und gemeinsam mit anderen Nationen das Europa der Vaterländer vollenden. Ja, Deutschland soll ein deutsches Land bleiben und auch als solches zu erkennen sein. Wir haben keine Identitätsneurose. Wenn wir gute Europäer sein sollen, dann müssen wir auch gute Deutsche bleiben dürfen. Ja, die AfD ist auch gegen unkontrollierte Massenmigration in unsere Sozialsysteme. Wir verneinen, dass es eine moralische Verpflichtung gäbe, Migration gut finden zu müssen. Das alles soll rechtsextrem sein? Das macht uns zu Nazis? Das ist also dasselbe wie der Mord an Millionen Menschen? Wer das behauptet, der ist dem Wahnsinn nah oder deutlich wahrscheinlicher. Er missbraucht die besondere Sensibilität der Deutschen beim Thema Rechtsextremismus, und er missbraucht auf schäbigste Weise die Opfer des Nationalsozialismus für parteipolitischen und persönlichen Profit. Meine Damen und Herren, so verständlich Ihre Panikreaktion in Anbetracht der desaströsen Faktenlage sind, so kontraproduktiv sind Sie auch, denn Sie unterschätzen die Bürger. Ist es denn ein Zeichen von Stärke, wenn man die Opposition mit Geheimdiensten bekämpfen muss? Spricht es für die Qualität Ihrer Argumente, oder ist es nicht vielmehr ein Offenbarungseid, der zeigt, dass Sie die sachliche Auseinandersetzung mit uns um jeden Preis scheuen müssen? Die AfD wirkt offensichtlich. Wir sehen es an den Anträgen, die in den letzten Stunden hektisch eingereicht wurden. Sogar die CDU fühlt sich an ihr eigenes Parteiprogramm erinnert und will da offensichtlich noch beim Bürger punkten. Ich hoffe nur, dass das nicht nur geschwätzt vor der Wahl ist, sondern vielleicht auch einmal nach der Wahl einige Taten austrägt. Das wäre eine sehr hübsche Abwechslung, denken Sie nicht. Meine Damen und Herren, jetzt noch etwas zum Thema 70 Jahre Grundgesetz. Heute Morgen haben wir die Feierstunde dazu gehabt. Wie kann es sein, dass Sie diese unstrittige Erfolgsgeschichte einerseits feiern und andererseits genau diese 70 Jahre mit Nationalismus und Kleinstaaterei gleichsetzen? Das ist inhaltlich absurd. Herr Kollege, Sie müssten so langsam zum Ende kommen. Herr Präsident, ich bin auf der Zielgeraden. Mit Blick auf Europa gilt, die Früchte der europäischen Integration werden durch diejenigen gefährdet, die blind weiter in die Sackgasse rennen, Probleme leugnen, anstatt sie zu lösen. Hören Sie auf, Deutschlands Bürger zu melken und auf dem Altar des EU-Kultes zu opfern. Wie das geht, steht in unserem Antrag. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lichert. – Nächster Redner ist der Abg. Stirböck für die Fraktion Freie Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sprechen hier über den Antrag der AfD mit dem Titel »Keine Ausweitung der Transferunion in der Europäischen Union«. Das klingt fast ordoliberal. Aber der ganze Duktus des Antrags und auch Ihr Auftritt, Herr Lichert, deuten es schon an. Es handelt sich um Etikettenschwindel. Sie nutzen drei Tage vor der Wahl die aktuelle Stunde nicht zu einem flammenden Bekenntnis zu Europa, sondern formulieren im kleingedruckten Subkutan, dass Sie eine Weiterentwicklung Europas nicht wollen. Sie sagen Subkutan, dass Sie Europa nicht wollen. Das ist der Kern Ihres Antrags und Ihres Auftritts. Dass Ihr Transferunionantrag ein antieuropäischer Antrag ist, wird deutlich, wenn man Ihren Antrag kontextualisiert. Er ist nämlich drei Tage vor einer Wahl unvermeidlich Teil einer Wahlkampfstrategie. Deshalb hilft ein Blick in Ihr Wahlprogramm, liebe Kollegen von der AfD. Da schreiben Sie zur Transferunion, die EU geriert sich zu dem als Bundesstaat, was ebenso illegal ist und nicht als Staatenverbund von souveränen Nationalstaaten. Weiter. Deshalb muss Deutschland diese Transferunion aufkündigen durch Wiedereinführung einer nationalen Währung, gegebenenfalls unter paralleler Beibehaltung des Euro. Sie werfen der EU vor, sie handele illegal und wollen daher die D-Mark wieder einführen. Das sollten die Menschen draußen bitteschön vor dem 26. Mai erfahren. Mein Vorschlag an die Bürgerinnen und Bürger ist deswegen, bei Risiken, Nebenwirkungen und AfD-Reden im Landtag lesen Sie bitte das Parteiprogramm der AfD. Sie gerieren sich hier im Parlament gerne als vorbildliche Parlamentarier. Dem ist aber nicht so. Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie auch dazu bitte das AfD-Parteiprogramm. Da steht, ich zitiere wörtlich, das undemokratische EU-Parlament mit seinen derzeit 751 Abgeordneten wollen wir abschaffen. Da steht da drinnen. Abschaffen wollen Sie das Parlament. Sie wollen also mehr Einfluss für Regierungen und weniger für die Volksvertretung. Wir wollen hingegen die EU-Kommission verkleinern und ein stärkeres europäisches Parlament, am besten mit transnationalen Listen und einem eigenen Initiativrecht. Es ist doch eine Errungenschaft unserer Demokratie, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments frei gewählt und nicht wie vor 40 Jahren aus den Mitgliedstaaten entsandt werden. Wir wollen Europa voranbringen. Sie wollen das Rad der Geschichte zurücktreten, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD. Sie tun hier immer so nett. Dem ist aber nicht so. Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte das Parteiprogramm der AfD. Da steht mit den Verträgen von Schengen, Maastricht und Lissabon das Prinzip der Volkssouveränität ausgehöhlt. Die Europäische Gemeinschaft hat sich zu einem undemokratischen Konstrukt entwickelt, das von den politischen Akteuren Europas besetzt ist und von intransparenten, nicht kontrollierten Bürokraten gestaltet wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, dass Sie dazu klatschen, zeigt auch ganz deutlich, dass das nicht der Jargon demokratischer Kräfte ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte das Parteiprogramm der AfD. Da heißt es unter dem Stichwort Dexit der Austritt als letzte Option. Sollten sich unsere grundlegenden Reformansätze im bestehenden System der EU nicht in angemessener Zeit verwirklichen lassen, halten wir einen Austritt Deutschlands oder die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft für notwendig. Ihr auf den ersten Blick rahmloser Antrag ist daher wie Ihr gesamter Auftritt in diesem Parlament eine gigantische Mogelpackung, die Ihre wahren politischen Ziele vertuschen soll. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD der LINKEN Ich hätte Ihnen lieber Passagen aus dem FDP-Programm vorgelesen. Das ist auch deutlich besser. Doch es ist drei Tage vor der Wahl auch einmal wichtig, Ihre spießbürgerliche Maske herunterzureißen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie doch für Europa sein sollten, dann wagen Sie doch ein mutiges Bekenntnis für Europa, und schließen Sie einen Dexit aus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich halte es lieber wie meine gesamte Partei, und ich glaube auch wie das gesamte Haus mit Hans-Dietrich Genscher. Er hat uns allen mitgegeben, Europa ist unsere Zukunft, sonst haben wir keine. Wir Freie Demokraten wollen drei Tage vor der Europawahl mit unserem alternativen Antrag ein letztes Zeichen für Europa setzen. Es ist ein Antrag, der den Wert Europas betont. Es ist ein Antrag, der sich zur Einheit Europas als Garantie für Freiheit, Frieden, Wohlstand, Menschenrechte, als Garantie einer lebenswerten und sozialen Integration bekennt. Es ist ein Antrag, der sich zu den gemeinsamen Werten, wie sie die europäischen Verträge und dazu gehören, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, auch Schengen, Maastricht und Lissabon und der Grundrechtscharta niedergelegt sind. Es ist ein Antrag, der die Errungenschaften der EU für Hessen anerkennt. Es ist aber auch ein Antrag, der nicht vergisst, wo wir Europa auch weiterentwickeln können. Unser Credo als Freie Demokraten ist es, wir brauchen mehr Europa dort, wo große Fragen nur gemeinsam gelöst werden können, etwa in Handelsfragen, in der Außen- und Sicherheitspolitik, in der Migrationspolitik und beim gemeinsamen Binnenmarkt. Daher lehnen wir, anders als die Kollegen der AfD, mehr Aufgaben im Haushalt auch nicht kategorisch ab. Wenn es neue Aufgaben gibt, die nur europäisch gelöst werden können, müssen diese Aufgaben auch finanziert werden. Offenbar lehnt die AfD auch eine stärkere Grenzsicherung durch Frontex ab, denn das muss ja auch finanziert werden. Natürlich gefallen uns Freien Demokraten auch manche Pläne, die auf europäischer Ebene diskutiert werden, nicht. So ist das in der Politik. Dazu gehören zum Beispiel auch die Versuche der EU-Kommission, eine europäische Einlagensicherung einzuführen. Ja, auch wir wollen keine Transferunion. Aber das stellt nicht unsere konsequent proeuropäische Haltung infrage. Die GRÜNEN haben recht auf Ihnen in einem Plakat. Europa ist die beste Idee, die Europa je hatte. Man muss dafür noch nicht gleich Grün wählen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir bekennen uns als Freie Demokraten zum europäischen Binnenmarkt. Von diesem Binnenmarkt profitiert Hessen wie kaum eine andere Region in Deutschland. Daher sollte es im Interesse der Hessen sein, diesen Binnenmarkt zu stärken und ihn zu vollenden mit einem echten digitalen Binnenmarkt und einer Kapitalmarktunion. Wir Freie Demokraten glauben, dass der Freihandel mit Kanada den Binnenmarkt und Europa besser macht. Wir Freie Demokraten bekennen uns zu allen vier Freiheiten der Europäischen Union. Diese vier Freiheiten sind auch das Europa der Freiheit, das wir meinen. Das Europa der Freiheit, das auf den Plakaten der AfD gefordert wird, ist in Wahrheit ein Europa der Schranken, ein Europa der Ressentiments, ein Europa der Rückwendung in die Vergangenheit. Machen wir Europa groß und die Populisten klein? Vielen Dank, Herr Kollege Stirböck. – Nächste Rednerin ist die Kollegin Dahlke für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Danke für den Antrag, der es uns ermöglicht, heute nach der Debatte am Dienstag noch einmal über Europa zu sprechen. Ich will auch versuchen, über Themen und nicht über die antragstellende Fraktionen zu sprechen. Lassen Sie mich dazu eines vorweg sagen. Europa gibt es nicht umsonst. Im Gegenteil. Wem Europa etwas wert ist, der muss es sich auch etwas kosten lassen. Die EU kann die Aufgaben, für die sie bereits heute verantwortlich ist, nur erfüllen, wenn der EU-Haushalt entsprechend gut ausgestattet ist. Wenn die EU nach und nach mehr Verantwortung übernimmt, weil es sinnvoll ist, europäische Gemeingüter, von denen alle profitieren, auch europäisch zu finanzieren, wie der Ausbau erneuerbarer Energien, wie schnelles Internet, wie gemeinsame Außenpolitik oder wie nachhaltigere Mobilität, dann müssen die Kosten hierfür von den Mitgliedstaaten auf die EU übergehen. Das Volumen des EU-Finanzrahmens muss entsprechend diesen Aufgaben wachsen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen Sie die Webseite whateurope-does-for-me.eu? Deren Besuch kann ich sehr empfehlen. Die Webseite zeigt einmal nach Regionen und einmal für Themenbereiche auf, welche Vorteile die EU mit sich bringt. Da können Sie bis auf die kommunale Ebene, und zwar europaweit, herunterbrechen, was die EU da konkret tut. Ich habe das einmal als Beispiel für Wiesbaden nachgeschaut und folgende Daten aus 2018 gefunden. Zitat. Wiesbaden erhält Fördergelder aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Die EFRE-Mittel haben die Stärkung von Forschung und Innovation und Förderung der Produktivität, besonders in kleinen und mittleren Unternehmen, zum Ziel. Zudem sollen CO2-Emissionen in der Region gemindert und integrierte Konzepte für nachhaltige Stadtentwicklung unterstützt werden. Mit 1,4 Millionen € aus EFRE-Mitteln wurde zum Beispiel Technik von rund 60 hessischen Kinobetreibern modernisiert, darunter auch die Caligari-Filmbühne, nämlich die Umrüstung auf digitale Abspieltechnik. Außerdem hat Wiesbaden in den letzten drei Jahren 550.000 € aus dem ESF erhalten, zur Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung, Ausbildung und Bildung für benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene. Zitat Ende. Also, ja, Deutschland zahlt in Summe zwar am meisten in die EU ein, bekommt aber auch einen erheblichen Teil über Subventionen und andere Förderungen zurück. Aus dem Europäischen Struktur- und Investitionsfonds erhält Deutschland in der aktuellen Förderperiode insgesamt fast 29 Milliarden €. Über EFRE und ESF fließen also mehr als 60 % dieser Mittel unmittelbar in Investitionen für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland. Von dem freien Binnenmarkt in der EU, dem größten Wirtschaftsraum der Welt, profitieren rund 500 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher. Kürzlich hat die Bertelsmann Stiftung eine Studie veröffentlicht mit der Aussage, dass der Binnenmarkt die verfügbaren Einkommen der EU-Bürgerinnen und Bürger jährlich um rund 840 € pro Person steigert. In Deutschland sind es im Vergleich 1.046 €. Damit liegt Deutschland an der Spitze und profitiert wie kein anderes Land vom Binnenmarkt. Um das Ganze noch einmal zu toppen, der Wert für Hessen liegt sogar noch einmal höher bei 1.129 €. Zwischen 2014 und 2020 fließen mehr als 2 Milliarden € von der EU nach Hessen. Damit liegt Hessen unter den Top Ten Regionen, die von der EU profitieren. Aber ganz ehrlich, die Frage, ob sich mit der EU-Mitgliedschaft für einen Staat mehr Vor- oder Nachteile verbinden, lässt sich doch nicht mit einer buchhalterischen Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben bezogen auf den EU-Haushalt beantworten. Die politische Stabilität, der Frieden, die Sicherheit, der freie Personenverkehr, all das wird dabei ja komplett ausgeblendet. Ganz besonders für Deutschland gilt, dass der Gegensatz zwischen europäischen Interessen dort und deutschen Interessen hier falsch ist. Historisch und ökonomisch hat kein Land in Europa wie Deutschland von der europäischen Einigung profitiert. Im besonderen Maße gilt das auch für Hessen. Eine stärkere Vereinigung der Mitgliedstaaten liegt deswegen im ureigenen Interesse Deutschlands. Es ist aber auch klar, dass die EU ihre Versprechungen von Gleichheit und Transparenz bei Entscheidungen auch besser verwirklichen muss, wenn wir zu einer stärkeren Vereinigung kommen. Denn es gibt noch Demokratiedefizite auf europäischer Ebene. Allerdings ist die EU in vielen Punkten sogar deutlich transparenter als z. B. der Bundestag. Auf europäischer Ebene haben wir ein Lobbyregister, in dem sich die Lobbyisten und Lobbyistinnen registrieren müssen, wenn sie sich mit den Kommissarinnen und Kommissaren treffen wollen. Die zuständigen Abgeordneten müssen auflüsten, wen sie im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren treffen. Für mehr Demokratie in der Europäischen Union müsste das Lobbyregister für alle Institutionen in der EU gelten. Wir brauchen auch einen legislativen Fußabdruck, der es möglich macht, zu überprüfen, wer alles auf ein Gesetz Einfluss genommen hat. Das Europäische Parlament als einzige direkt von den Unionsbürgerinnen und Bürgern gewählte Institution muss ein vollwertiges Initiativrecht für europäische Gesetzgebung erhalten. Was wir auch brauchen, ist mehr Transparenz der Position der Nationalstaaten bei Verhandlungen im Rat der Europäischen Union. Alle Regierungen sollen öffentlich machen müssen, welche Position sie im Rat vertreten. Es trägt nämlich definitiv zur Politikverdrossenheit gegenüber der EU bei, wenn nationale Regierungen bei ungeliebten Kompromissen einfach Brüssel die Schuld in die Schuhe schieben können. Stattdessen müssen die Bürgerinnen und Bürger transparent nachverfolgen können, für welche Entscheidungen ihre nationalen Regierungen sich im Rat eigentlich eingesetzt haben. In die gleiche Kerbe schlägt der Titel dieses Antrags, den wir hier beraten. Die EU als Transferunion zu bezeichnen, ist einfach sehr abwertendes Framing gegen die EU, das suggeriert, dass uns andere Länder von unserem Wohlstand etwas wegnehmen wollen. Deswegen möchte ich mit dem Appell schließen, lassen Sie uns darauf nicht hineinfallen. Die EU sorgt nicht nur für Frieden und Rechtsstaatlichkeit, sie sorgt auch für Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung, ganz besonders in Deutschland und ganz besonders in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dahlke. Nächste Rednerin ist Frau Abg. Scheuch-Paschkewitz für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste! Dieser Antrag der Fraktion, hier ganz rechts außen sitzend, ist gespickt von Demagogie und Vereinfachung. Das heißt, es geht Ihnen gar nicht um Inhalte, also um eine ehrliche Auseinandersetzung. Es geht vielmehr darum, noch einmal für Ihre populistischen, kruden Thesen kurz vor der Europawahl die Werbetrommel zu rühren. Sie beklagen in Ihrem Antrag, dass Deutschland größter Nettozahler der EU sei. Was Sie aber verschweigen, und hier beginnt Ihre Demagogie, ist, dass Deutschland ökonomisch am meisten von der EU und ihrem Binnenmarkt profitiert. Sage und schreibe, 60 % der in Deutschland produzierten Waren gehen als Exporte in die EU. Somit ist der Binnenmarkt der EU gleichzeitig auch der größte Absatzmarkt für deutsche Produkte. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass dieser enorme Exportüberschuss vor allem auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier und auch in den anderen Staaten der EU geht. Nur dadurch, dass Deutschland mittlerweile den größten Niedriglohnsektor Europas hat, ist ein großer Wettbewerbsvorteil entstanden. Andere Länder innerhalb der EU werden so einfach herunterkonkurriert. Das hat mit dem Bild, das Sie hier von Deutschland innerhalb der EU zeichnen, nämlich als Zahlmeister der EU nichts, aber auch gar nichts zu tun. Lösungsvorschläge haben Sie, wie so oft, keine. Wer tatsächlich in der EU etwas an diesem Missstand verändern möchte, der muss hier in Deutschland damit anfangen. Das bedeutet dann eben auch, den menschenunwürdigen Niedriglohnsektor endlich auszutrocknen und einen Mindestlohn von 12 € einzuführen. Gut wäre ein EU-weiter Mindestlohn, der sich am durchschnittlichen Einkommen der jeweiligen Länder orientiert. Aber für Ihre Fraktion, hier rechts außen sitzend, ist der Mindestlohn ja Teufelszeug und der Niedriglohnsektor etwas wie ein Naturgesetz. Die europäische Integration befindet sich in einer tiefen, wenn nicht existenziellen Krise. Mit der 2008 ausgebrochenen und immer noch nicht überwundenen Finanzkrise wurden die massiven Defizite der Wirtschafts- und Währungsunion offenkundig. Eine gemeinsame Währung einzuführen, ohne gleichzeitig die Soziale Union zu vollenden und ohne parallel eine demokratisch legitimierte europäische Fiskalpolitik einzuführen, hat den Maastrichter Vertrag von Anbeginn zu einer spannungsreichen Fehlkonstruktion gemacht. Eine einheitliche Währung und Geldpolitik für eine Gruppe von Ländern mit recht unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen, Arbeitsmärkten und Unternehmenslandschaften führt unter Konkurrenzbedingungen dazu, dass sich die Unterschiede dieser Länder verstärken. Demzufolge gibt es in der Eurozone dramatische Ungleichgewichte. Insbesondere Deutschland als Exportweltmeister hat gegenüber seinen europäischen Nachbarn gewaltige Überschüsse aufgebaut. Im gleichen Maße mussten andere Länder Defizite hinnehmen. Dass ein solches Konstrukt nicht auf Dauer gut geht, war abzusehen. Die europäische Finanzkrise hat die soziale Spaltung in Europa vertieft. Denn die Kürzungspolitik war und ist falsch. Sie führte insbesondere in den südeuropäischen Ländern zu einer massiven sozialen Krise, die bis heute nicht übermunden ist. Die Arbeitslosigkeit, insbesondere unter Jugendlichen, erreichte in Griechenland, Spanien, Italien und Portugal Negativrekordwerte. Die Löhne stagnierten. Einsparungen im Gesundheitssystem, bei der Rente und in anderen sozialen Sicherungssystemen führten dazu, dass die Finanzkrise zur persönlichen Überlebenskrise vieler Europäerinnen und Europäer wurde. Diese Kürzungspolitik lehnen wir als LINKE weiterhin ab, ohne Wenn und Aber. Die großen wirtschaftlichen Probleme der EU löst man nicht gegeneinander, man löst sie nur solidarisch. Das Problem der unterschiedlich starken Volkswirtschaften bei gleicher Währung muss angegangen werden. Wir müssen gegensteuern gegen die Leistungsbilanzungleichgewichte. Wer keine riesige Transferunion in der EU will, sollte deshalb die deutsche Binnenwirtschaft stärken. Dazu gehören öffentliche Investitionen in Infrastruktur, Wohnen, Bildung und den sozial-ökologischen Umbau. Im Übrigen stehen wir mit dieser Forderung nicht allein da. So hat ausgerechnet der IWF, nicht bekannt für sozialistische Wirtschaftsvorstellungen, genau das von Deutschland gefordert. Die Aufhebung der Kürzungspolitik in Südeuropa, siehe in Portugal, würde neue Spielräume für eine neue Wachstumspolitik schaffen. Auch in diesen Ländern braucht es Investitionsprogramme. Sowohl der Deutsche Gewerkschaftsbund als auch der Europäische Gewerkschaftsbund fordern für die Dauer von zehn Jahren Investitionen in Höhe von jährlich 2 % des EU-Bruttoinlandsproduktes, also rund 260 Milliarden € jährlich. Dieser Forderung schließen wir uns an. Ja, die EU hat Demokratiedefizite. Wir als LINKE haben schon frühzeitig darauf hingewiesen und Klarstellung bezogen. Wir brauchen direktdemokratische Elemente, eine Senkung der Hürden für Bürgerinitiativen und eine Ausweitung des direktdemokratischen Einflusses der Menschen durch EU-weite und verbindliche Abstimmungen. Das Europäische Parlament muss endlich in allerlei Hinsicht mehr Gewicht bekommen. Es bedarf hier eines vollumfänglichen Initiativrechts des Parlaments. Sie hingegen schlagen in Ihrem Antrag einen angemessenen institutionellen Rahmen vor. Was auch immer das bedeuten mag, Sie haben auch hier keinerlei Lösungsvorschläge anzubieten. Zuallerletzt lehnen Sie unter anderem eine europäische Arbeitslosenversicherung, die Sie als Umverteilungsmechanismus bezeichnen, ab. Ich sage Ihnen, wenn ich aktuell an eine Umverteilungspolitik auf Kosten der Steuerzahlerinnen in Europa denke, dann kommt mir nicht eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung in den Sinn, sondern Ihr Busenfreund in Ungarn, Viktor Orban. Es sind nämlich EU-Gelder, die er sehr gerne annimmt, um seinen Freunden Aufträge zuzuschanzen, die sie zu Multimillionären gemacht haben. Davon hört man von Ihnen natürlich kein Wort. Sie reden von einem Europa der Nationen, genauso übrigens wie Ihre Freunde in Österreich von der FPÖ. Spätestens jetzt sehen wir doch, wie diese sich ein Europa der Nationen vorstellen und des Geistes Kind Sie und Ihre Freunde der sogenannten Vaterländer sind. Es ist ein Europa, in dem die Demokratie veräußert, verkauft, in dem die Pressefreiheit bekämpft wird und man den Reichen und Superreichen zu Diensten ist. Es ist ein Europa der Ausgrenzung und der Verrohung. Es ist letztlich eine Politik gegen die Interessen der Mehrheit der Menschen, eine Politik, die wir als LINKE auch weiterhin mit aller Vehemenz bekämpfen werden, dessen können Sie sich ganz sicher sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank. Applaus